Ich meine, da muss man einfach jetzt mal zu Hause ergriffen, aufstehen und sich denken, mein Gott, ist das ein Top-Typ, der da im Fernsehen ist. Ich bleib jetzt mal siebten. Ey, aber du findest nicht, dass ich ein Top-Typ bin? Doch, siehst ganz kernig aus. Ey, Alter, sei mal ganz ehrlich, wenn du so aussehen würdest wie ich, dann wären wir schon zwei. Im Ernst? Was ist dein Thema? Was ist dein Thema los? Versuch mich mal ein bisschen zum Lachen zu bringen, weil die ganze Welt ist so traurig. Ja, wollt ihr lachen? Totschläger werden im Gerichtssaal erstochen. Ja, das hört sich doch so. Findest du? Ja. Ich meine, der hat heftig Liebe mit der Frau gemacht. Aber ich merke, ich schweife ab, was ist dein Thema? Mein Thema, ich weiß nicht, mir tun die Bullen ein bisschen leid. Dass die alle sagen, dass das jetzt Nazis, das glaub ich nicht. Nö. Das glaub ich nicht. Also ich find schon, Bullen müssen sein. Ja, irgendwie schon. Also Verkehr regeln, Strafzettel verteilen. Die heißen Polizisten. Entschuldigung. Ey. Ja? Merkst du, dass die Sendung bisher langweilig ist? Ja, ne, Moment. Ja, der kommt nicht so gut mit dir irgendwie. Irgendwie hast du mich nicht richtig so raufgebracht. Ja? Ich, der wirklich mit jedem reden kann. Jeden. Ich, der wehs. Peter. Ich bin das Glück dieser Erde. Mein Thema. Ja, hau ran, mach mal. Thema sind nackte Weiber, die keine Brüste haben. Dein, los, red dazu. Davor versteh ich nichts. Okay. Hast du das verstanden? Das war Blitz. Blitz hat bedeutet... Hallo. Die erste Frau? Hi, wie geht's? Wenn du mir deinen Namen sagst, würdest du mir hervorragend gehen. Wisst du, was ganz schön ist? Du bist nicht Sabine und das ist klasse. Was kann ich für dich tun? Du bist, weil dich nur mal... Ich will dich nur mal anrufen. Ja, das hast du jetzt hiermit getan. Ja? Du möchtest dich doch garantiert mit mir verabreden. Ja, klar. Weil das wollen alle Weiber, kann ich verstehen. Ja, der Typ wie du. Was macht dich so heiß an mir? Alleine das wissen, weil im Abendblatt ich standen, hat Peter Ehrlich mit seinem 19cm-Rohr? Oder ist das jetzt eher das Aussehen, diese tierische, animalische, diese... Du weißt ja nicht genau. Ich bin immer erster. Tja. Du bist halt geil drauf, nicht die Diana. Ich kann reden. Ich rede ja auch dabei, wa? Ich erzähle aber Geschichten von Mama. Mama ist ja eine sehr wichtige Frau in meinem Leben. Ist deine Mama für dich auch wichtig? Ja, klar. Warum? Ja, weil sie halt meine Mutter ist. Und wie kommst du damit klar? Hat Mama dich auch noch mit 14 Jahren gebadet? Hm, natürlich. Mich auch. Und was hat sie noch mit dir gemacht, Peter? Äh, dann hat sie Bewegungen gemacht, die mir Freude gebracht haben in meinem kleines, trostloses 14-jährigen Leben. Da haben sich ja noch keine Frauen für mich interessiert. Ach ja? Wie alt bist du denn? Ja, 19. Ey, wie kommt das jetzt so? Du hast doch auch Chancen bei anderen. Ja. Bist du noch dran? Oh. Tja, Mann. Hat's nicht gemocht. Mann, Mann, Mann. Ich soll doch nichts anfangen. Bist du ein Mann? Nein. Was denn heute los? Frauensendung? Hey, wie geht's dir? Ey, mir geht's gut, wisst du? Ja. Mit Mama, das ist ja nicht von ungefähr. Jetzt habe ich festgestellt, das ist auch ein anderer, genialer Mensch. Es gibt ja mehrere geniale Menschen. Ich meine, der geniale Mensch ist schon tot. Wer denn? Elvis. Oh, Mist, ne? Elvis hat's auch mit Mama in Macht. Oh, sag bloß, das bewegt dich. Was? Na, vergess es. Bist du noch dran? Ja. Ey, wirst du, dass ich heilen kann? Was kannst du? Ich kann heilen. Was kannst du heilen? Ich hab Zahnschmerzen. Kannst du mir helfen? Pass auf. Ey, Zahnschmerzen wegmachen bin ich ganz gut. Pass auf. Du musst dich jetzt volle Kanne auf meine Zähne konzentrieren. Nein. Nein. Okay. Jetzt kriegst du auch Reuchen. Und wenn sie jetzt so gelb sind wie meine, ja? Nein, sind sie nicht. So, pass auf, pass auf, jetzt ganz, ganz gefährlich bei Zahnbehandlung. Bei mir ist immer, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen an Stellen, an Körperöffnungen blitzig werden dabei. Also das muss eine Nebenwirkung, muss man ja immer sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja. Fragt Peter. Genau. Okay? Ja. Ich versuch das jetzt, ja? Ja, mach. Ah. Ich glaube, es ist schon zu spät. Nee, noch nicht. Hast du immer noch die Schmerzen? Mach weiter, mach weiter. Ja, gleich hart. Berühr dich jetzt selber. Du musst dich jetzt selber berühren. Ja, 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 ja. Au, 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 ey, 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 ey. Ey, wollen wir mal ein Wettbewerb machen? Was? Wer war der Kerl eben? Das bin ich. Ich bin kein Kerl, ich bin Tina. Tina. Ja, guten Abend, bingo. Tina 1. Ich hab's gerade. Oder Tina 2. Tina 1. 1. Das war doch die, die, die langweilig war, Tina. Die hat doch so gelacht, wie Tina 1 ist. Aber das war doch die langweilige Tina. Das war die Tina, die zur falschen Adresse gekommen ist. Das war die Tina, wo ich eine andere Tina an dem Tag kennengelernt habe, die mit M anfing. Und das war irre. Peter? Wir haben uns verstanden. Peter hier, Peter. Und ich hab hier blitzt. Und da lehnen die Vorstellungen, du hast jetzt zu Hause gesessen und wolltest mit mir reden. Und ich hab's nicht zugelassen. Weil ich hier Macht habe. Hallo. Hallo. Deine Chance. Hallo. Einmal, einmal, komm. Du eine Fotze. Du. Guck mal. Anna muss kotzen. Zurecht. Ich hab erbrochen. Zurecht. Ja, ich wollt gerne mal was sagen. Ich wollt dir erstmal danken. Du hast nämlich mal für Radio Popcorn. Das kommt nämlich morgen um 8 Uhr im Jingle gemacht. Weißt du es noch? Kannst du dir mal jetzt ganz spontan vorspielen? Du, den hab ich jetzt leider... Kottest du das überhaupt nicht. Und heute kattest du das auch nicht. Das ist scheiße. Ihr bringt mich immer wieder zu Wutausfällen, ja? Mein Doktor. Ich hab jetzt einen eigenen Doktor. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hab jetzt eine Frauenärztin. Du machst jetzt immer so lange... Also Frauenärztin sind besser als Hausfrauen, die unbefriedigt sind und so weiter. Ey, hallo. Ja, ich höre dich. Ja, was ist denn los mit dir? Ich bin irgendwie... Ich bin gerade drin und du pübelst mich gleich voll hier. Ecstasy. Ich sage nur... Ey, wer bist du denn überhaupt? Ich kenn dich gar nicht. Kannst du mich überhaupt vorstellen oder so? Oder hast du da keinen Bock drauf? Ich bin John Wayne. Oh, du siehst du auch aus, Alter. Ich bin der Letzte der harten Männer. Und ich bin Wutlandschiffler. Aber wenn man eine andere sagt, zeig mir mal mein T-Shirt. Fräulein Frauenärztin. Ey, wenn man so hoch steht über den anderen quasi. Ja, Leute, morgen 8 Uhr Radio Popcorn mit Norman, diesmal ohne mich gerade ist. Meine Schöne an dieser ganzen Sendung ist, was heute die allerletzte Sendung ist. Hallo. Ey, es ist heute die allerletzte Sendung. Hallo, guten Abend. Weißt du, was ich würde gerne? Hörst du mich? Hallo. Ist da jetzt inna oder ist da jetzt keiner? Doch, da ist jemand. Weißt du, was ich würde gerne meinen von dir? Weißt du den? Also, du musst lauter sprechen. Weißt du, was ich würde gerne von dir meinen? Blitzen soll ich ja, blitzen! Wenn das in der heutigen Zeit nicht blöd wäre, würde ich jetzt sagen, wir werden erst mal Deutsch. Peter Püller? Was? Peter Püller? Ja, ja! Ich möchte den Peter sprechen. Ey, du sprichst mit mir live, jetzt hier! Hallo, Peter? Ja, hallo, so, so. Ey, wer so ein Gespräch, so geil, mit dieser Öffnung anfängt, der müsste jetzt fragen, na, wie geht's? Wie geht's dir, Peter? Gut. Als nächstes würde ich gerne hören, Peter. Ja, hallo, Peter? Mit dir habe ich schon mal telefoniert. Ja, schon tausendmal, Peter. Du bist der Verrückte aus einem Splitte, richtig? Nee, das stimmt nicht, Peter. Was möchtest du? Ich bin der, der mit Begemann die Tafel gespielt hat. Ha, ha, ha. Ja, da freu ich dich, wa? Aber das hat doch gereicht. Ich lieb dich auch, Peter. Du bist der Erste, den ich heute rausküssen tue. Oh, das ist gar... Mach schon nett. In deiner Einsamkeit hast du mich angerufen. Das macht mir immer... Hey! Hey, 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 ich wollte euch mal was zeigen. Ich, ich, ich bin ja... Heute... Heute wäre ich berühmt. Warum? Weil heute das Ochsenmocks da ist. Das Ochsenmocks. Wie alt bist du? 20. Welche Programmzeitschrift kaufst du dir im Monat? Bravo. Alles klar. Okay, das ist eher... Ja, wir haben es ja noch nicht mit dem Starrschnitt. Wollt ihr mir aber, glaube ich, heute anbieten. Bist du noch dran? Ja. Was schätzt du jetzt so einfach? Wie lange wirst du mich jetzt noch unterhalten können? Wollte ich nicht. So lange bist du mich rausblitzt, ne? Ähm, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 3. 500. Zwischen 1 und 3. 2,5. 4, ich hab gewonnen. Jetzt sitzt du natürlich zu Hause und denkst dir, wie waren die Spielregeln? Ähm, hallo? Ey, ich bin jetzt der Jackpot. Hallo? Ja, ist das voll. Ja, hallo an. Ähm, du erzählst mal etwas über deine Mutter. Sag doch mal etwas über deinen Dad. Was macht der denn überhaupt? Dad ist tot. Ach, Quatsch. Dad, das war ganz tragisch. Dad war ja... Der hat ja viel Weiberei betrieben. Und dann hat er auch noch andere Frauen, außer meine Mama. Deswegen hat die mich ja so attraktiv davon, weil er Mama nicht mehr berührt hat, ja? Und... Tut es auch schon hart, so. Weil... Mit wem soll die kregen? Ich hab ja dann mit Oma geredet. Hast du keine Freunde? Nee, ich hab mit Oma geredet dann. Und Oma war noch schlimmer als Mama. Jetzt wird's unappetit. Oma... Oma hat ganz blöd gesch... Was? Ja, komm! Geriecht. Und... Wo denn? Und... Peter, wo denn? Und... Ja, die hat immer den Arm so hoch um mich rum. Und da hab ich dann in dieser Gruff da quasi drin. Verstehst du? Findest du das jetzt gut, wenn ich hier so leide und mich winde, ja? Und, und, und... Ja, irgendwann muss alles mal raus. Und dann hab ich... Dann hab ich die Idee gehabt, Fernsehstar zu werden. Und dann hab ich wirklich gehofft, dass ich Frauen kennenlerne. Und das... Das hast du bestimmt auch, oder? Ja, aber... Ja, aber was für Schabracken, du? Peter Lappen. Also echt, du, da sind manchmal Weiber dabei, du. Vor allen Dingen verheiratet. Verheiratete Weiber sind absolute Scheiße, ja? Weil die... Irgendwie wollen sie nur meinen Trieb, ja? Nie mich mal persönlich, ja? Nie mal sagen... Du, ich hab eh nie gehabt. Die hat sich nicht getraut, mich anzufassen. In der Öffentlichkeit. Bist du noch dran? Ja. Ja, du findest es gut, wenn ich hier so, 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 so tragisch aus meinem Leben erzähle, aber... Ja, wir sind schon alle hier traurig. Wir sind schon am heilen, am heulen. Wer ist denn wir? Ja, meine Freundin und ich. Hast du eine Freundin? Ja. Gib sie mir doch mal. Warte mal kurz. Ey, lass uns... Lass uns detaillen. Ah. Ja, okay. Chris. Hallo, Peter? Du bist ja eine Lügenbold. Ich? Du hast ja gar keine fraulichen Attribu. Nee, nee, das ist ein schwuler Hengst hier. Ey. Wir machen hier gerade eine Gay-Party. Ey, ey, bist du homosexuell? Wieso hast du dagegen? Nee, pass mal auf, dann habe ich jetzt einen Tipp für dich. Guck mal hier. Kennst du das? Nee, den Tödel habe ich noch nicht gesehen. Warte auf, ich zeige dir jetzt die Zeitung. Das ist der Spiegel. Aha. Von letzter Woche. Machen die da jetzt gerade einen Dreier, oder? Und da genau. Und Dreier hat sich geäußert. Aha. Soll ich wörtlich zitieren? Ja, wenn es versaut ist, ja. Dreier hat gesagt, nicht aus Veranlagung, sondern aus gesellschaftlichen Zwängen entwickelt der einzelne gleichgeschlechtliche Neigung, behauptete der Mann, und ich kenne Leute. Also Dreier kennt Leute. Ach, der ist doch verklemmt. Lass mich jetzt ausreden. Ach was? Ich kenne Leute, die durch den Glauben und eine gesunde Beziehung zu einer Frau von ihrer Homosexualität abgelassen haben. Schnick, schnack. Und der ist ein, der ist, der ist ein Priester. Ein Priester? Ein verklemmter Heterhose. Ne, der hat einfach eine geile Masche von Weiber aufzureißen. Ja, oder so, ne. Aber ich meine, wenn er... Ich mache Fernsehen und habe ja jede Woche acht, neun, zehn Blind Dates. Und wie es das einmal allerbeste an dieser ganzen Sendung ist, erstmal, dass es die letzte ist, zweitens, dass es manchmal sehr schnell geht, um rauszufliegen. Ach was? Nein! Hallo. Hallo Peter. Bist du Mann? Ja. Na gut. Du sag mal, findest du das eigentlich lustig, dich über den Tod eines Vaters lustig zu machen? Äh, ja, das war ganz irre. Habe ich noch dreieinhalb Jahre Halbwaisenrente gekriegt und sie hat ja auch ein paar Mark dahin lassen. Also, und du, wir haben in unserer Familie ganz offen über den Tod, tot geredet. Was? Und ich habe, dadurch, dass Papa darauf verzichtet hat, das hat er mir ja dahin lassen. Nein. Das glaube ich nicht. Ja, ja, meine ich ja, das hat er mir dahin lassen. Also... Oh, Peter, du bist blöd. Ja, ich find, find, find auch blöd. Tschüssi. Ey, ey, ey. Wir sind so ein Moment in der Show, ich mich einfach betroffen mache. Da denke ich, ihr magt mich. Hallo? Ist das ja nicht so. Magst du mich? Ja. Magst du auch, dass das doof war mit Papa? Och, ja. Hätt ich lieber von den Schweinesachen von Mama erzählen sollen? Nö. Was soll ich denn erzählen? Och, was du nachmittags machst. Pumpen. Oh. Du, irgendwann, irgendwann, Männer, ich sag euch das jetzt mal ganz offen, ja? Wisst ihr, wo ich bin? Wenn ihr Idioten auf der Arbeit seid, bei euren Frauen, und die sind nicht unglücklich. Hast du Arbeit? Nö. Irgendeine Schule. Hast du eine Frau? Nö. Dann hat es auch keinen Sinn. Scheiße. Scheiße, süß. Kannst du mir mal eine schlaue Uhrzeit sagen? So. Nicht die letzte Sendung. Doch, ist die letzte. Prima. Findest du auch gut. Endlich die letzte Sendung. Damit wir Steuerzahler dich das dauernd finanzieren. Also, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Erstmal nicht die Steuerzahler. Warum denn nicht? Die, die Zahler, die so doof sind und Fernsehgebühren zahlen. Bist du da auch so inne? Oder zahlte deine Mama? Nein, das zahle ich. Hast du einen eigenen... Nein, aber du könntest doch eine Sendung machen, die sehr viel besser ist, sehr viel kreativer als so ein Schrott. Ja, ich finde doch. Und wisst ihr, das Schöne ist, das ist ja bestimmt schon volle nach neun, wa? Ja. Dann schalt doch zu Schrein im Magazin. Ach so. Hau ab. Das wäre keine Alternative. Ich will dich doch ja nicht. Ich habe doch nicht bei dir angerufen. Na gut, tschüss. Wollen wir das heute aufwachen? Ja. Wir gehen heute in den Rauchen. Back to the roots. Ich muss den Fußboden setzen wollen. Hallo, hörst du mich noch? Hier ist Jesus. Heil Jesus. Na? Auch dich hat der Blitz getroffen. Jesus. Das ist quasi meine Göttergewalt. Guck mal, das ist blöd. Ich sage immer wieder, das ist blöd. Sieht so Schlagerstar-mäßig aus. Könnte jetzt auch... Hallo? Hallo? Wer bist du denn? Brian. Wer bist du? Wer bist du denn? Ich bin alleine. Ich auch. Du auch? Jo. Bist du ein Junge? Ach nee. Wenn du ein Junge bist, dann bist du nie alleine. Weil der darfst du ihn. Ihn, der da rumhängt. Sinnlos. Morgens hart und steif ist. Und du, der es dir nicht erklären kannst. Die nassen Flecken im Bett. Bist du auch dran? Jo. Ciao. Das war jetzt zu versaut. Ich rede nicht mehr so. Weil ich finde, diese ganze sexuelle Scheiße. Das war die Kacke. Vor allen Dingen, ich muss das ja immer beweisen, was ich behaupte. Bin ich jetzt wieder drauf? Ey, du bist wieder drauf. Hast du schon mal heute angerufen? Nee, heute auch nicht. Ey, was kann ich denn für dich so heute tun? Wir kommen hier nicht raus. Jetzt kommen wir raus. Guck mal, jetzt sind wir draußen. Ja. Kannst du mich noch sehen? Das ist ganz schlecht, ey. Durch den Schatten, ey. Weißt du? Das ist Schatten? Ja. Du, das ist die Vergangenheit. Das ist das ganze böse Leben, was so rausgekommen ist. Möchtest du auch eine rauchen? Oh ja, bitte. Ich zinn sie für dich an. Ah, sauber. Unterhalt mich doch mal ein bisschen. Schöne Grüße an Iris und Kac. Ey. Sag mal einfach Blitz. Bong. 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 Ping-Bong. Wie es was ganz irre ist. Was denn? Na, sag mal. Schmeiß den mal raus, Frau Ärztin. Ich bin verliebt. Was machst du einfach, wenn der Arzt kommt? Was? Was machst du, wenn der Arzt kommt? Dann wird Fieber gemessen, ob ich will oder nicht. Hallo? 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 Ja. Ja, hallo. Wer ist denn da am Telefon? Ja. Ja, ich höre dich. Ich wollte nur mal sagen, du verdammtes Dreckstück, leck mich am Arzt. Luft holen. Ey, mach weiter. Das war kreativ. Du hast fünf Worte hintereinander, flüssig, ohne Stottern. Darauf hat er eine Woche gewartet. Und das hat dich nur 23 Pfenn je gekostet. Das macht sie gut. Was meinst du, wie lange dafür geübt hat du? Ja, eben. Ey, du klingst so, als wenn man mit dir ein ernsthafter Gespräch führen kann. Aber immer. Hau ran. Peter, wir kennen uns doch schon länger. Ja, ich weiß. Du bist doch der Abgesprochene. Ich bin der Abgesprochene, klar bin ich der Abgesprochene. Du hast letzte Woche auch angerufen, wa? Ich hab's versucht. Und, bist nicht durchgekommen? Peter, ich versuch immer anzurufen. Und? Ich wollte schon mal kommen, aber dann hattest du ja dummerweise am Mittwoch leicht verschoben, deine Show. Ja, das ist doof gewesen. Aber ich lade dich hier mit recht herzlich ein für nächsten Donnerstag. Ich denke, das ist die letzte. Ja, na gut, da mach ich noch eh ne extra für dich. Peter, das ist so gut von dir. Und was ist im November? Äh, da ist dann auch, da ist ganz lange diese Show. Da will ich hin. Da kommst du hin. Krieg ich da auch ne Einladung für mich? Ja, da gibt's ja so ein Drei-Tage-Ticket. Aber Peter, ich muss dir jetzt erst mal was erzählen. Oh ja. Ich bin nämlich auch verliebt. Du bist verliebt? Ja, ich bin auch verliebt. Du, ich bin ja jede Woche neu verliebt. Echt? Das ist auch einfacher mit den Sprüchen, weil da kannst du jede Woche dieselben Sprüche bringen, wa? Die letzte, die ich gehabt habe, das war so... Hat Farbe in mein Leben drin gebracht, ja? Also, was soll ich sagen? War klasse. Ja, aber bei mir ist das was Besonderes. Das ist ein Mann. Du, jetzt, jetzt habe ich auch ihn aus dem Ausland. Ja? Ja. Hab ich auch ihn gehabt, aus dem Iran. Die ist Südfranzösin. Französin? Ja, Südfranzösin, aber da legt's ganz, ganz viel Wert drauf. Also, die, aus, aus der südlichen Vorstadt von Paris. Äh, ist das Süden? Paris. Du, das hat jede Stadt. Norden, Süden, Osten, Westen, jede Stadt. Aus dem Süden von Frankreich und aus dem Norden von Paris, oder wie? Ey, jetzt bringst du mich, jetzt sind wir verwirrt. Erzähl mal lieber von deiner Liebe. Ja, genau, wollte ich nämlich gerade erzählen. Also, zum ersten Mal einen Mann. Das ist ja nun schon was Besonderes, ne? Du hast einen Mann? Ja! Ja, und? Und, 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 und wie ist das so jetzt? Klasse. Macht Spaß. Ganz neuer Raum. Spaß, versuch mich doch mal jetzt innerhalb von drei Minuten zu überzeugen. Vielleicht werde ich ja auch so wie du. Peter, wenn wir uns kennenlernen, wirst du so wie ich. Das mache ich auch gerade. Würdest du mich bürsten? Ich würde dich bürsten. Ich würde deinen Kopf streicheln. Ich würde dir zart über die Nase fahren. Würdest du ihn mein kleiner Sahnehinter nennen? Ich würde ihn auch mein kleiner Sahnehinter nennen. Oder mein Schnubbelwubbel. Was darfst du noch? Petra, ne? Petra? Nein, ich bin ein richtig kerniger Schwuler. Mit, mit, mit hart und strong und? Nein, nein. Du, ich stehe ja so mehr auf diese soften, soften Sachen. So diese, einfach ausgepumpt sein. Ja, genau. Auch mehr mein Ding. Ich bin ja auch, ich bin ja auch nicht rein schwul. Ich bin ja bien. Aber hier noch ein Loch. Nehmen wir mich da rüber? Ja. Ey, wir kommen jetzt wieder ins Studio. Das finde ich gut. Das ist auch, das ist auch besser so für, für, für mich, weil da kann ich mir mehr auf dir konzentrieren. Ja, aber für das. Weil von der Stimme her gefällt es mir und dann hast du ja einen Freund. Das würde ja bedeuten, dass man die ganzen sexuellen Wünsche, die ich so habe, so Drilling und, und, und. Alles, alles. Es ist alles möglich. Und Pferd, Katze. Und, und. Mit Katzen? Bist du der Pferdemörder? Der Pferdemörder, wenn ich mit Katzen losgehe. Ne, bin ich nicht der Pferdemörder. Und, 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 und jetzt, jetzt, wie, wie ist das mit Verhüten und so? Oh, ja, da habe ich mir auch erst zu spät drüber Gedanken gemacht und von daher muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen, weil es war eh der Erste, aber so grundsätzlich bin ich ja auch der Ansicht, man sollte doch Verhüten besser ist. Lieber vorher als nachher so. Obwohl Schicksal ist Schicksal. Ich rauche, ich fahre Auto. Ja, ja, das ist gut. Ja, doch. Obwohl mit den Zähnen wäre ich vorsichtig. Mit dem Metall und so, das kann wehtun. Ich meine, ich weiß ja nicht mich, sondern... Ja, ja, eben, es kann wehtun, ne? Also man muss da sehr vorsichtig sein mit den Zähnen. Da hat die da echt so ein Schraubgewänderin gekriegt. Echt? Boah, das war, das war klasse. Die ganze... Maulsperre. ... und das strömende, überströmende... Ne, das war, Blut war ja nicht mehr da. Mir ist es aber auch paar Mal passiert, so beim, beim, bei der Geschichte so. Du kannst dir vorstellen, wie... Na ja, der... Und, und, und dann hat er einen Kollaps gekriegt. Und dann hat er sich gedacht, jeder weiß doch, dass er das war. Ja, hoi, Büde. Hoi. Na, wie geht's hier, Alter? Gut. Wieso soll ich nicht über Sex reden? Wieso hat sie das jetzt gesagt? Die da? Ey, wieso denn eigentlich nicht? 18 Uhr morgen auf Rukavie, 690, Radio Pop, komm mit, morgen und wir, ja! Guck mal, ohne, dass ich blitzen musste. Einfach so weg. Wow, da oben, der. Peter? Ja? Ja? Arschloch, hallo. Arschloch, Amerika. Du dreckst da. Ey. Ey. Hör mal. Ja, schieb in die Räume. Ja, schön. Noch eins. Hey, Peter. Hallo. Hallo. Na? Wie oft hast du jetzt versucht durchzukommen? Oh, Herr, bestimmt 50 Mal, du. Und? Ey, bist du jetzt durch? Ja. Ich auch mit dir. Aber erzähl. Du, zeig mir mal dein T-Shirt da, du. Ey. Oh, geil. Bist du auch ein Doopraucher? Ey, ey, Kinder, lass deine Hände von da raus schiften, wenn ihr nicht so enden wollt wie ich. Oh, ho, ho. Ab und zu mal eine kleine Rolle, ne? Bring dich ganz leicht auf die Stolle, was? Wie baust du 5 Blatt oder 8 Blatt Rollen? Nochmal. Baust du 5 Blatt Rollen oder 8 Blatt Rollen? No, nö, also 3 Blatt lang schon, ne? Und, 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 und wie machst du das dann so? So, äh, da machst du deinen Tabak drin. Jo. Und dann bröselst du da so ne, so ne, muss man mal, erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Rauschgeflehm. Ja, ne Apfelsine auf jeden Fall nicht, ne? Ich kenne sie ja, aber, das ist jetzt, ist sie so, ich hab mal ne Tusse gehabt, die hat gesagt, das ist hier so ein Obst. Ja, klar, törlich, in gewissem Maße schon, aber die sieht ziemlich... Du, die hat mir Mangos, Kiwis und noch andere Sachen gebracht. Ja, törlich, aber wieso, die sieht so faul aus, die du da gerade austragst, oder ist sie so grau? Nee, das ist, das ist ja so, so in der, die kommt aus Ruanda, da haben sie die ganzen, da hat er schon so ein ruandische Kind dran gesaugt, so die ganzen Vitamine raus. Nee, die passen zu deinen Zehen, glaub ich, die ist auch so gelb. Ja, klar, ich kann, ey, wir hätten nicht mehr da machen können. Du, aber ich wollte dich mal fragen. Ey, das ist ein ganz blöderes. Ja. Fahren sie mit vollem Mund, das ist ein blöder, sag ich euch. Das ist doch scheißegal, aber was rufen... Ja, da kannst du, da kannst du nicht mehr so Arschluggerillen, ja? Heute rufen aber echt nur Schwule an, wollte ich dir mal sagen. Und nur fertige. Hau ab. Bist du auch schwul? Hau ab! Ey! Du bist doch auch... Das ist jetzt Kunst, was ich hier produziere. Mandarinen-Scheiben auf Mikrofon. Hallo? Würde sagen, 5000 Mark. Hi Peter, wie geht's denn? So. Oh, zweite Chance. Hey Arschloch, ey. Arschloch. Hey, hey, super Idee. Hey du Arschloch, ich rede mit dir. Hey Arschloch. Mama hat dir gesagt, nie beim Essen rede. Arschloch? Hörst du mich? Du langweilig. Ich rieb mit dir Arschloch. Der langweilige Junge der Welt. Manchmal stelle ich mir vor, bei dir zu sein. Ich müsste dich nicht mehr kennenlernen. Ich wüsste schon alles von dir. Ich wäre so ein... Einfach... Es wäre so ein... Mit dir... Meine Hand würde deine wärmen. Wir würden beide vor... Lange, lange, lange... Ist das jetzt deine neue Interpretation? Machst du deine Sendung nicht mehr, weil du... Weil du jetzt singen willst? Oder warum würdest du deine Sendung aufgeben? Weil ich jetzt endlich dazu gekommen bin, Deutschland erste Telefakt-Show zu machen. Echt? Ja. Und wer sponsert die? Die Telekom. Echt? Die hat ja jetzt auch die letzten 18 Monate Einfach mal so die Schmerzgrenze ausgetestet. Aber du hast ihn noch nicht erreicht, oder? Doch. Ach, warum? Die Sendung 27, da habe ich mein Glied gezeigt. Ach, schade. Die Sendung wurde schon passt. Ja, der war blöde. Mit den ganzen schwarzen Balken über... Quer über den Bild. War blöde, sag ich euch. Echt? Die sind ganz schön kleinlich geworden, ne? Was? Die sind ganz schön kleinlich geworden. Nee, der war... Ist schon ganz schön riesig. Also ich muss das mal... Ich dachte mal... Also ganz unbescheiden. Und... Ey! Was? Herzlich willkommen in Peters Welt. Ja, die Welt ist cool. Ihr kommt jetzt runter auf mein Niveau. Was? So hoch soll ich steigen? Das kann ich doch gar nicht mehr. Ich hoffe, du hast Fallschirm dabei, Alter. Da brauche ich ja schon Jep. Alles jetzt ein geiler Sprech! Zaro U aus K. Kenn ich den? Weil ich ein Mädchen bin. Ah! Ja, ich... Ich... Was ist denn das für ein prachtvoller Hintern? Zeig mal. Knall! Ey! Das ist ganz irre hier! Ich kann euch sagen, wenn du mal so in so einer Situation bist, dass du... Dass du lässig, lassiv und so ein bisschen tanzt und so, ja? Peter? Und dann auf jeden Fall kriegst du ja so eine Regelung. Hallo, Peter! Geil, oder das? Ja, du sag mal, ich hab ein Problem. Und zwar, morgen hat ein Freund von mir geboren, ich hab keine Ahnung, was ich dir schenken soll. Mich! Dich? Mich! Was kostet du denn so, für eine Nacht oder so? Äh... Was machst du denn so? Was bietest du den Leuten denn? Kraft und Bier und Hasch kostet das. Hasch? Ach nee, das ist doch Drogen... Nee, nee, Finger weg von den Drogen, sagt Peter doch auch immer. Und was Peter macht, das mach ich. Ehrlich? Ja. Spring jetzt aufs Fenster. Peter, ehrlich. Ja. Du, ich bin im Bunker eingesperrt. Hatte ich... Im Keller. Meine Mutter sperrt mich immer in den Keller ein. Mama, alles klar, Mama. Ja, Mama. Was macht Mama mit dir? Die kommt immer runter in den coolen Keller und dann geht's richtig los. Spielst du den schwarzen Mann? Ich bin so fertig. Die schiebt mir die Kohlen sonst wo rein. Und ich bin völlig fertig, das ist meine Mutter mit Mama. Ich mag das nicht, ja? Ihr könnt nicht so eine Schweinesachen hier in so einer Sendung erzählen. Ja, Peter, sag mal, warum bin ich denn eben rausgeschnitten worden? Was? Über Sex dürfen wir nicht reden, aber über Drogen redest du. Das ist doch nicht fair. Also zur Technik mal hin. Du hast mich ja gar nicht rausgeblitzt. Ich bin ja einfach... Schwupp, da bin ich... Nee, hab ich... Scheiße. Ich hab da was versäulen. Radio Popcorn, Radio Popcorn, hoi, 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 18 Uhr, Radio... Morgen, Radio Popcorn, 18 Uhr. Wie immer abschalten. Arsch noch? Hoch, Amerika. Mach mal hier, knallhart, hatte Koks. Scheißegal. Hier, Leute, können wir mal sehen, so sieht so ein... ...und so ein Opsbox-Redakteur aus, hier. Wie war denn? Jetzt mal einfach so, von der Klasse hier, aber... Na, da sieht man schon unterschiedlich. Ey, wenn ihr los geht, einfach freisend, wenn man festigt, geht der gut aus, wie... Du brauchst dein Mikrofon da hinten. Hallo. Hallo. Guten Tag. Deine Show. Meine Show? Das ist wunderbar. Ich hatte heute Besuch von der Französin. Die kam nicht aus Südfrankreich, sondern aus Duisburg. Ey, und jetzt mal ehrlich. Wie geht man mit so einer Weiber um? Ich bin ja da sehr unerfahren. Ich weiß nicht, was du mit deinen Frauen immer anstellst. Ja, aber die hat sich hier nur eine Wohnung angeguckt. Die sucht eine Wohnung und... Die Zeiten sind vorbei. Wie? Die Zeiten sind vorbei. Dass wir ein Nest suchen. Anna und ich. Anja? Anja, ja. Anja, das war ja ne klasse. Klasse, klasse Torte. Ich dachte, deine Kamerafrau ist Sandra. Nee, die, die heißt... Sandra? Naranda. Naranda, nee, nee, äh... Hello. Wie? Hello again. Ich sag einfach, hello again. Mensch, unterhalte mich doch. Das ist so langweilig. Ja, nun bleibt doch locker. Deswegen ist das heute auch nicht die letzte Sendung, weil ich denk, ich geb euch nächste Woche nochmal ne Chance. Das tust du komischerweise jede Woche ne? Was? Und du auch ne Chance zu geben. Finde ich auch irgendwo fair, dass du das machst. Also... Oh, das haben wir ja ganz, ganz lange entwickelt, diesen Running Gag. Ja, ich weiß. Da haben wir ja, da haben wir ja quasi... Also, das war ja schon... Das kam vom Sex, also... Vom Sex. Das tust du überhaupt. Wenn wir mal so ne Statistik machen wollen, ja? Alter, geh doch rein! Und dann... Dann... Wie findest du das jetzt? Soll ich mir jetzt mal ausziehen? Ja, ich weiß nicht. Ich find das irgendwo... Also, voll daneben, ne? Wir haben genug Drogenabhängige hier in Hamburg und du machst auch noch das Werbung, der Waschmittel. Ich mein, weiß... Ja, weiß wie Schnee, aber irgendwo... Da steht da ja nicht diese drauf, was du da eben gesagt hast. Sondern? Ja, dann musst du mal der Ohren aufreißen und mal lesen. Da steht doch Hasch-Ultra, ja? Ja, Hasch. Hasch. Hasch, ja. Hasch mich, ich bin der Habs. Gib doch jetzt die Mega-Pals. Ich mein... Ja, das ist mit Mega-Pals. Das ist ja im Grunde genommen... Ey, du guckst viel da, das haben wir. Na, ich weiß nicht. Also, irgendwo... Auf dem offenen Kanal gibt's das ja noch nicht, ne? Hallo? Ja, ja, wir hören dich noch. Ja, das find ich schön. Also, jetzt mal... Nimm mal diese blöde Weste weg. Die ist ja echt... Sieht ja toll aus und die Frauen lieben dich dafür. Aber das glänzt zu sehr, ja? Deswegen muss er nicht gleich abhauen hinter den Vorhang, da. Ah! Ich merk schon, ich langweil dich, ne? Wenn du solche Aktionen erstarten musst, dann muss ich dich irgendwo auch langweilen. Ey, warte auf! Du bist nicht kommunikationsfähig! Das hat in dieser Sendung noch nie ein Anrufer gegeben, der mir irgendwas geheben hat, ja? Ey, ihr langweilt mich alle! Ey, wisst du, was das Schlimme ist? Ich krieg das Kotzen alleine von der Vorstellung, dass ihr da zu Hause sitzt und wie die Idioten, wie die blöden Arschlöcher hier anruft, mich nervt euch von mir. Du machst doch freiwillig! Du stellst dich doch dahin, ja? Und dann wisst du, was das Beste ist! Ich werde nie so gut, erfolgreich und geil aussehen wie ich! Und das ist so traurig, das zu wissen! Wenn man quasi jede haben könnte! Naja, nicht jede. Hast du eine Ahnung? Also heller von Sinn, ich glaube, da hast du Probleme mit. Da habe ich alleine einen Geschmacks... Äh, äh... Obwohl... Ja, siehst du. Das wäre mal eine Herausforderung. Ja, nee, die rammt mich ab, da habe ich keine Sorgen. Meinst du? Außerdem steht die nicht auf mir. Na, dann versuch's doch mal mit der Scheel. Mildritt? Nicht so ganz. Die ist ja ein bisschen zu alt und außerdem soll die auch riechen mittlerweile. Ja, aber die... Die, 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 die... So eine Möge... Ach, die ist tot. Ja. Ja. Jetzt halt meine... Jetzt halt meine Neigung ausgesprochen. Scheiße. Ah, ja. Scheiße, jetzt haltet ihr saft. Jetzt kriegt wieder tote Mäuse zugeschickt und sowas alles. Und da stehst du drauf. Ey, ey, und jetzt mal ohne Quatsch. Wie findest du, dass ich jetzt anfange, Geld damit zu verdienen? Tja, mir war klar, dass sobald der Kapitalismus ruft, dass du das dann verkauf. Du, ich habe ja erst dann mit ihm gequatscht. Der hat gesagt, er ist ja nicht so mit Menschen zusammen, die das irgendwann mal schaffen werden. Wo halt jetzt schon weißt, dass sie das schaffen. Mit solchen wärst du auch ganz gerne mal zusammen, ne? Ähm, ja, ich habe es ja schon mal mit Inna geschafft. Die hat es fast geschafft. Aber du hast es bei ihr nicht geschafft. Ähm, ja, wir haben auch nicht ernsthaft miteinander zu schaffen gehabt. Aber sie hat mich geschafft. Ey, hast du das dir viel schon mal gehabt? Sonntagmorgen, nach dem Frühstück, Mövenpick kann ich nur empfehlen, ja. Kriegst du die ganzen Kräfte zu. Dann fährst du nach Hause, machst nochmal, liebe, zum sechsten Mal an diesem Wochenende. Dann bist du einfach fertig. Das Problem ist, dass ich Sonntagmorgen niemals so fit bin, zum Frühstücken zu gehen. Ey, hast du, Alter, da versäumst du wirklich was. Also, Sonntagmorgen beim Mövenpick, Frühstücken ist schlimmer. Also, so stelle ich mir Menschen vor, die Peter Ehrlich-Schuh gucken. Und ich sage euch, ekelerregend. Ich kenne noch einen, der guckt die Schuhe und der ist noch ekelerregender. Ey, ihr seid so blöde seid ihr. Das ist der Thomas Schade, aber der ist ein Maler und Maler sind eh blöd. Ey, nee, und das kotzt mir so an und das ist so ekelerregend, ja. Tja. Und auch, 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 der kostet ja auch Geld, mich anzurufen. Ach, weißt du. Und, und, und vor allen Dingen, deine ganze Sicherheit. Du denkst, oh mein Gott, ich bereichere den seine Sendung. Und dann, und, und, von jedem Augenblick. Ja, aber das ist Elend-Furriorismus, deine Sendung. Futurismus hat er gesagt. Ich bin gerade Fotograf. Futurismus? Das ist diese Exit-Bild-Bild. Spanner. Spanner? Hallo? Ich entblöße mich jetzt. Hallo? Also, erstmal soll ich dir sagen, von der Dame, die mich gerade weiter verbunden hat, du sollst nicht so viel über Sex reden. Die Dame will Sex mit mir machen, das ist ihr Problem. Na gut, dann ist es ihr Problem, aber ich habe einen ganz anderen... Die wächst das ja... Ey, wisst ihr, wisst ihr, was blöd ist? Ich, ich sag das jetzt. 71 Sendungen, das war ja auch jedes Mal ein Orgasmus. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Darf ich jetzt was sagen? Gut, also, pass mal auf. Nebenan sitzen schon mal drei. Und vor anderen Fernsehern sitzen mindestens noch acht. Und die haben gesagt, ich soll dich jetzt anrufen. Das sind nämlich meine Söhne und ihre Freundin, die regelmäßig deine Sendung gucken. Ey, hast du viel gefährt in deinem Leben? Bitte? Hast du viel gefährt in deinem Leben? Acht Söhne? Ich habe nicht acht Söhne, ich habe zwei Söhne und die hinten sitzen mit ihren Freunden vorm Fernseher. Ah ja, und du hast keinen Papa. Nö, braucht man ja nicht, ne? Aber du könntest dir vorstellen, mich zu kriegen. Dich? Ehrlich jetzt. Nur erst mal essen gehen. Wir beide essen gehen? Ja. Kannst du nicht kochen? Ich koch nicht so gerne. Wo würdest du denn gerne mit mir mal essen gehen? Welche Preisklasse? Einfach so mal so... Ähm... Ey, hast du einen Job? Ja. Was arbeitest du? Du, das will ich dir jetzt gar nicht erzählen. Du sollst Schiedsrichter spielen. Also, pass mal auf. Die Jungs, die machen morgen eine Fete, weil einer 16 wird. Und haben also frisch zu besaufen. Und ich finde das doof. Und kannst du denen vielleicht mal sagen, wie du das finden würdest? Dass die sich also den Korn reinknallen und dann alle mit dem Eimer rumrennen und kopfen wollen? Kinder. Saufen ist doof. Danke. Ganz wichtig. Mit 16 kannst du dir schon eine Freundin suchen. Da kannst du erste sexuelle Erfahrungen machen. Da kannst du kribbeln im Bauch, Flugzeuge im Bauch hören. Wenn du besoffen bist, dann kotzt du. Das ist die nicht steif. Ja, das finden die. Das finden die aber gut. Kannst du mir das mal erklären? Haben die denn schon Freundinnen? Äh, ja. Wie findest du denn die Freundinnen von deinen Söhnen? Hm. Die sind richtig niedlich. Die trinken auch nicht. Und jetzt mal ehrlich. Du, du als Mama. Grützmühlenweg 94. Ey, da bin ich. Soll ich meine Kameratusse und meine Telefontusse hoch mitbringen? Kannst du alle mit hinbekommen? Die Pedaletten? Ja. Ey, das sind ganz attraktive Frauen. Also für das Alter. Für welches Alter? Für meine 16-Jährigen. Ja, die Kamerafrau. Die macht ja gerne Rodeo. Was ist das denn? Ach, ja. So komm, das musst du mir jetzt erklären. Einreiten. Meinst du nicht, dass wir das in dem Alter schon können? Was? Meinst du nicht, dass die in dem Alter das schon können? Das ist ja egal. Aber irgendwann muss er es ja mal hinter sich bringen. Hat er ja vielleicht. Und wenn er 16 ist, dann ist das ein Irre. Dann denkt er immer an sein 16. Lebensjahr zurück. Ja, das stimmt. Das willst du recht haben. Mama hat mir den Korn geklaut, aber die tolle Nachbartussi da gebracht. Ist doch klasse. Meinst du, das soll ich machen? Da so ein Porn der den Mädels hinschicken und dann vergessen die das trinken? Ja, na, wenn das recht hier ein Mädels sind, dann haben die Jungs andere Sachen zu tun, als zu trinken. Ja, aber pass mal auf, meine Frage war wirklich ernsthaft gemeint. Wie erkläre ich denen, lass das mit ihm saufen? Ihr könnt ja mal ein Bier trinken. Pass mal auf, jetzt hätte ich dir mal was sagen, ja? Auch ernsthaft, ja? So nicht danken, hättest du dir vor der Erzeugung machen müssen, ja? Wie du damit umgehst. Jetzt mit 16 ist es zu spät, ja? Und wenn du den saufen lässt, dann wird er auch nur ein Alkoholiker. Und du wirst eine sein, die mit 40, du bist wahrscheinlich schon älter, aber die dann zu Hause sitzt und in ihrer Einsamkeit, in ihrer Trostlosigkeit so einen anrufen muss wie mich und von mir einen ernsthaften Tipp zu kriegen, ja bist du denn blöde! Wie findet ihr das, wenn das von dem Augenblick zum anderen schneller wird? Das ist super. Das macht dir Spaß. Das ist echt geil. Hört mal einfach nachschwählen. Ich muss mal das gucken. Ich muss mir jetzt mal kurz drucken. Mhm. Hast du gesehen, wie sie weggerannt ist? Ich möchte Stefan grüßen erst mal. Ja, hast du jetzt hiermit getan? Ja. Und du wirst ja, es geht eine Grußsendung. Ja, die ist einfach weggerannt. Frauen, die nicht schnell noch auf Bäume kommen. Morgen, Pd. Hallo. Morgen, Kamerafrau. Ja. Morgen. Ich bin der Moritz. Horst? Moritz. Moritz. Moritz, du warst der Nette von letzter Woche. Genau der, Pd. Ey, Moritz, warum hast du nicht geschrien? Geschrien? Für Klaus. Für Klaus. Ja, für Anna. Hä? Du verwirrst mich, Peter, aber... Der würde ja wissen, wen wir jetzt meinen. Aber der war nicht. Moritz war der. Moritz, deine Schaff. Jo, erstmal. Was rufen denn heute für beknappte Leute bei dir ein? Ja, ich bin auch. Das ist ja... Also, eine... Ey, Moritz. Ja? Hat ich schon erzählt, dass ihr mir alle auf den Geist geht? Ja, das bringt so eine Fernsehsendung mit sich. Ja, das... Damit musst du mit leben. Ich muss damit auch leben. Davon abgesehen. Ich mach allerdings keine Fernsehsendung. Hast du das heute in der Mopo gelesen, dass die in Kanada Mutantenlachse züchten, 38 Mal größer als normal? Ey, da hab ich mir gleich vorgestellt, wenn du das mit deinem Geistzeit zum Beispiel machen könntest. Brauch ich nicht. Kein Test. Ach so. Dann würdest du der ganz große Feger bei Frauen sein. Bin ich mir absolut sicher. Ja, Maja. Scheiße. Was ist jetzt los? Guck mal, Kamera, du, ey. Irre. Irre. Mach mal Zoom. Mach mal Zoom. Und, 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 weißt du, da der Dürre ist? Oh. Da hast du eine Leiter. Guck mal hier. Geil. Ein Karriereleiter? Ey, ey. Ja, klar. Okay. Ist das auch ein Karriereleiter? Ja. Könntest du dir vorstellen, mich unter eine Doppelnullnummer anzurufen? Äh, das wäre mir der Spaß nicht wert. Das wäre dir nicht wert. Peter in Ehren, aber nicht eine Doppelnullnummer. Äh, könntest du dir vorstellen, mich mal live zu treffen? Schon eher. Du bist Gewinner. Du hast mich gewonnen. Irre. 24 Stunden mit mir. Oh Gott. Der kleine Horrorladen. Was? Der kleine Horrorladen. Das wird dann neben. Der einzige Vorteil ist, dass du seine Frauen auch mit benutzen darfst. Echt? Ja. Dann komme ich sofort. Aber absolut. Und 24 Stunden. Im Team? Ja, klar. Logisch. Machen wir schon den Film, verkaufen wir. Warte mal, jetzt wie ich mich finanziere, Alter. Achso. Peter, das ist ja eine richtig clevere Idee. Eigene Filme verkaufen. Ja, Alene. Da müssen wir erstmal drauf kommen. Alene, äh. Wie bist du denn die Baut? Ausreichend. Was? Ausreichend. Sag doch mal, du hast doch bestimmt schon mal nachgemessen. Alle Männer messen nach. Dann bin ich wahrscheinlich eine Ausnahme. Hast du noch nie nachgemessen? Ja, ich hab mal nachgemessen. Das war aber in so kleinem Zustand. Also im Vereinlager damals noch da. Du bist zum Beispiel kein Angler. Du kannst nicht gut lügen. Hast du nicht begriffen, den Gag? Doch. Ja? Wie war er denn gemeint? Dass Angler schätze ich mal lügen. Angler-Latein, ne? Oder was war das? Guck mal, bei diesem Blitz sieht man die Verhalten von ihm. Hallo? Hallo? Ja, hier ist der Bülent. Gewesen. Wer war das? Bülent. Hab ich jetzt schon nicht verstanden. Was soll ich mit dem noch reden? Oh? Hallo? Hey da? Ja. Jetzt wie immer um diese Zeit. Die nächsten 22 einfach so rausfliegen. Einfach so aus Jux und Dollerei. Nur weil ich dazu Bock habe. Nur weil ich mir jetzt denke. Hallo? Hallo? Ja, Peter. Ja. Äh, ich wollte was sagen. Ja, aber du schreist zu viel, weißt du? Schreib mir nicht an, weißt du? Du siehst wie eine Schule aus. Echt, ohne Scheiß, weißt du? Zieh deine Wüste aus. Ich bin weg. Hau ab hier. Du darfst nicht. Ich kann Forum geben. Deine Wüste ist schön, Peter. Echt? Ja. Deine Wüste ist schön. Und Mama, das musst du vergessen. Okay. Sprich mit mir, Anrufer. Du da, Einschaltquote. Rede mit mir. Ja. Hallo? Bring doch mal ein Thema. Lass mich doch einfach mal einmal nett sein. Einmal nur. Ja, kannst haben. Ja, dann rede. Ja, du, weißt du, was ich war eben gerade so im Tun und Machen. Ich konnte das nicht mehr machen, du. Was? Ja, ich bin eben voll, völlig schwer beschäftigt, bin ich, du. Wo hast du deine Hände gerade? Möchtest du wirklich fissen? Erzähl's. Ach. Okay, brauchst nichts mehr sagen. Du hast, hast... Eigentlich sagen, ich traue mich, das mache ich, du. Eine kleine Nachtmusik bei dir zu Hause? Die habe ich auch. Hast du eine Freundin da? Ja. Gib mir die mal. Nee, also, die ist ein bisschen schüchtern. Mach doch mal jetzt was Vernünftiges. Ey, ich will einfach mal beweisen, dass ich auch reden kann. Ey, ja, dann hast du gerade mal, na gut, sechs Sekunden zu meiner Freundin zu reden. Sprech frei. Hallo, du bist blond und doof? Sag noch mehr. Hallo, du bist blond und doof. Soll ich dir was erzählen? Eigentlich mag sie diese Blondinenwitz auch gar nicht. Ich auch nicht. Oh. Aber sie sind so schön frauenfeindlich und deswegen immer ein Knaller, wenn man sie erzählt. Ja. Knall bei Stammtischen. Ey, aber ich habe sogar einer Blondin das erzählt. Oha, erzähl mal. Hat die mir in die geknallt. Das ist ja nicht so toll, ne? Und da habe ich zu ihr gesagt, du könntest mich nur bestrafen, wenn du mich nicht schlagen würdest. Da hat sie aber blöd, ja. Oh, herrlich, herrlich. Hast du das aber auch in der Zeitung gelesen, diesen riesen Artikel? Welchen? Überplantieren, bitte. Halbe Seite hat er ausgefüllt. Kannst du mir ein paar vorlesen? Aber ich habe die jetzt nicht hier, du. Ja, dann muss ich das nächste Mal besser vorbereitet sein, wenn du mich anrufst. Das ist so ekelhaft mit euch. Gut, dass ich nur noch 22 Sendungen hier machen muss. Dann ist dieser Vertrag vorbei. Und dann kann ich wieder atmen. Und dann kann ich mich wieder den wichtigen Dingen des Lebens widmen. Meinen Briefmarken. Wo klebst du die denn hin, Peter? Amas Grabpflege. Schon im Vorfeld, ne? Ja, du, wir haben jetzt schon eine Stelle ausgesucht. Für Mama. Ja, rede du doch. Ja, ich bin's nochmal. Ich habe über den Witzen auch gedacht. Und jetzt ist mir noch ein besserer eingefallen. Ey, komm, komm. Ey, wir wollen jetzt. Da machen wir immer eine Fanfare. Wer hört jetzt den Witzenswitz des Tages? Ja, du hättest den... Wie ist dein Name? Das ist noch immer der Moritz. 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 Danke. Hau ran. Du hättest mich nur fragen müssen, ob ich in den Nähen der Seemann bin. Schnallst du den? Nee, aber guck mal. Wenn ich clever bin, dann könnte ich... Er lenkt ab. Er lenkt ab. Er schnallt ihn nicht. Nee, ich schnall ihn nicht. Bin ja doof. Seemannsgarn? Anna schnallt ihn auch nicht. Und die ist nicht doof. Ich habe akustisch nicht verstanden. Anne, Anna. Anna ist nicht doof. Die ist eine Frau. Er hat auf lügende Angler hinausgeredet. Ja. Und ich sage jetzt auf nähende Seemänner. Nähen? Ja. Oh, jetzt mit ein verwundter Beduine. Irre. Quasi, da hat man noch Polizei, Innensenator, Präsident und so wäre. Da würde jetzt das Zugelfin geschickt. Dann würde es jetzt bestraftat sein. Eben. Aber immer noch nicht den Gag kapiert, was? Anna, nicht mal du? Ich kann mir was da drunter vorstellen. Erklärst du ihn mir? Seemannsgarn? Ist das zu hoch für dich? Ey, weißt du, was denn doof ist, wenn du deine Nase am Ärmel hast? Ja, die ganze Schweine. Und so, eh, eh, eh. Und das wird dann so feucht, ne? Oh, befreie mich. Immer gegen die Vermummten. Alles Irre ist, weißt du, dass die Polizisten sich ja selber vermummten, wenn sie losziehen, ne? Die haben Panzerung, Ledernacken, Schilde, Visiere und niemand sagt was. Du, die müssen sich doch schützen. Ja, ich schätze mal, die Leute, die sich vermumden wollen. Was ist denn jetzt ein Straftäter, an die sie den Rechtsstaat bedrohen? Ja, sicherlich. Aber was ist denn mit denen, die den Rechtsstaat schützen sollen und sich auch vermumden? Hast du die Knutschen gehört eben? Das war ja nicht zu überhören. Ey, würdest du auch mal gerne knutschen? Anna, immer. Danke. Das war auch nur Freundschaft zwischen ihm und mir. Anna, du bist eingeladen. Anna, was anderes würde ich auch gar nicht denken zwischen dir und dir. Peter. Leider. Ja, siehste, Peter weiß. Ey, ey, pass auf. Jetzt du, Moritz, du als Mann. Ja. Wenn ich diese Masche fahren würde. Anna, bitte. Einmal, du Anna. In den Staub. Ja, tiefer. Ja, so ist das richtig, ne, Anna. In den Staub. Nicht im Mund nehmen. Was soll ich denn da sein? So klecken? Nein. Anna, tritt ihn. Tritt ihn. Wie die Stiefel, tatsächlich. Und wenn sie jetzt noch treten würde. Oh, Anna, tritt mir, tritt mir in die Hohen, in die Hohen, Leute. Anna, verabreichst du ihm irgendwelche Drogen, dass er das für dich macht? Nee, er ist so veranlagt. Ey. Natur veranlagt, das hat man selten. Natur hier. Aber schlag dich und sag böse Worte. Das ist schlimm, Anna, ne? Ruhig, Brauner, ruhig. Ruhig, Brauner. Oh, ich sag euch. Ich sag euch. Bitte im Fernsehen bringt den doppelten Kick. Das glaub ich gern. Und vor allen Dingen. Ey. Ich bin jetzt top aktuell. Ja? Ich werde in Zukunft. Weiber haben können. Weil auch ich hab sie jetzt. Ne echte Ra-Iban-Brille. Ein Iran? Eine Ra-Iban, ja. Guck mal, die seh ich aus jetzt. Sag jetzt einfach Peter Blusbrasser zu mir. Peter Elwood. Elwood, der hat mich mit Elwood verglichen. Elwood war der Dicke, wa? Äh, das kann ich jetzt gar nicht sagen, Peter. Du hast du den Film nicht gesehen? Sieh mal. Aber ich merke noch keine Namen. Ich merke mir Lieder. Wie heiß ich? Peter? Du hast den Sinn ja schon verstanden. Hau ab! Du Spacken, sonst gibts auf die Backen. Auch wenn du Moritz heißt. Gut, der hat fehlte halt mit dem Kratzer. Aber guck mal hier. Streben. Ja. Das bleibt nicht aus. Ah. Oh, mach dich hier so kalt. Hi, Peter. Wie ist dein Name? Ähm, das ist egal. Okay. Das heißt auf mich oder nicht? Nee, nicht. Hast du ein Problem? Nee, ich hab kein Problem. Ich wollte wissen, wann du das letzte Mal geweint hast. Das ist das Problem. Ja, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Letzten Donnerstag. Und warum? Hat dich das Konzert von Henry Rolis aus der Fassung gebracht? Nee, das war eine Frau, die mich aus der Fassung gebracht hat. Ach so. Das war, da hab ich alle meine Hoffnungen, alle meine Wünsche, Sehnsüchte, Träume in diese eine Frau quasi reproduziert. Und die hat gesagt. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Ja, wenn das eine Rose gewesen wäre, ja. Das war so eine verwelkte Narzisse, ja. Du, und dann war die verheiratet, ja, und war nicht bereit, ihren Kerl für mich zu verlassen. Aber jetzt hab ich eine, jetzt hab ich eine, die hat so ja ihr Kind dafür umgebracht. Nur um mit mir, mit mir, eine Nacht zu verbringen. War natürlich doof, wegen Kinder, ja. Ich meine, da hätten wir ja noch gerne mitnehmen können, die ganzen Jahre. Bist du noch dran? Ja. Wie findest du das, wenn ich dir so eine Geschichte erzähle? Scheiße. Ja. Mit dem Kind umbringen war doof, wa? Ja. Entschuldige mich bloß. Ich entschuldige mich jetzt bei allen Kindern. Runter. Auf dieser Welt. Runter. Das war jetzt ein Gag. Das ist jetzt so galoppiert mit mir einfach. Ich wollte ja nicht, ich wollte erzählen, dass sie ihren Mann umbringen wollte. Hat sie aber auch nicht gemacht. Weil auf Rattengift springt der überhaupt nicht mehr an. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Nee, das glaube ich auch. Ey, sagst du mir jetzt deinen Namen? Ähm, nee. Sie ist Unbekannte. Ja, genau. Du da draußen. Auch du bist nur eine kleine Dobe. Nein. Hab ich euch schon gesagt, dass ihr mir... Das ist die letzte Sendung. Und ich mag euch nicht. Alle da. Keinen mag ich. Nur die Weiber, die ich kennengelernt habe. Die alle... Oh, Herr Paul. Guten Morgen. Sag mal, was sagst du eigentlich zum Morgen? Prollhead. Prollhead? Ja? Das Hausmarkt. Ja, lobo. 21 Uhr. Bist du da? Ey, aber ich hab ja zu Hause schon geübt hier mit dem Kopf. Sieht natürlich blöd aus, wenn du nicht die langen Haare dazu halten. Nö. Ja doch, geht ab. Was? Wollen wir ein Bier trinken? Bis morgen da. Ey, hab ich natürlich eben schon mal gesagt. Du bist da und wirst abflippen, oder? Ey, und dann werde ich Ronny. Ronny ist ja mein Lieblingsproll. Ja, das macht nichts. Meinst du die eine von der linken oder die rechten von der linken? Ne, umgekehrt. Weißt schon, was ich meine? Oh, jetzt hast du den Kettensatz gebracht, da komme ich nicht hin. Na, okay. Alles klar, dann müssen wir morgen. Lagt man mir das an, dass ich alle bin jetzt? Ja. Dass ich alles gegeben habe? Selbst... Ja, so siehst du aber auch aus, ne? Selbst die Schuhe habe ich dir geleckt. Echt? Guck dir meine Zunge an. Äääääh! Ey Mann, da will nicht mal jemand sprechen. Da will nicht mal jemand sprechen, er hat Bock auf dich. Ja, gib ihm mir mal. In der nächsten Sendung. Weil das kein Wandertelefon hatten. Wandertelefon hatten. Hallo? War wieder ein Satz. Hallo, zwölf. Nein, 13. Na, fast richtig. Ähm, war eigentlich diese Tina neulich da? Ja, die war da! Ja, wirklich? Ja, aber nicht so richtig, weil die war falsch und ich war, ich war richtig. Und sie war falsch, aber war auch ganz gut so, weil ich hab jetzt einfach die Frau kennengelernt, die ich heiraten will. Wie die aussieht? Was, wie die aussieht? Ja. Ja, hübsch, nett, mal viel Geld, was ja so kleine, wichtige Voraussetzungen sind, wa? Aber, ähm, ist was anständig, Mama würde sagen, naja, zur letzten Frau, ich war mal verheiratet, kannst du dir vorstellen? Nee. Ich hab heute einen Grund zu feiern. Warum? Weil seit einem Jahr, und jetzt, neun Stunden, hat meine Frau mich ins Leben zurückgelassen und ich möchte jetzt einfach mal Anne, danke sagen, danke. Bitte, bitte. Hast du auch Anne? Nein. Und wie findest du mich so, jetzt so, so? Wenn du mal 18 bist, wär so ein Typ wie ich ein Knaller für dich? Naja, nicht so toll. Nee, wie soll denn dein Traummann aussehen? Erzähl mal. Braune Haare? Braune Haare? Ja. Braune Augen wahrscheinlich? Ja. Du, pass auf, da sagt ja jetzt Anna mal was dazu. Ich kann ja nur meine Subjektive... Ja, aber sag das doch mit den braunen Augen, was das immer ist. Braune Augen sind nix. Hast du gehört? Doch. Bei Männern sind braune Augen kacke. Welche denn? Alle anderen Farben. Alle anderen Farben. Braune große Augen und die Rotweinflaschen entkorken sich von selbst. Kerzen zünden sich von selbst an. Wie siehst du denn aus? Blond Haare? Was? Blond. Du bist blond? Ja. Kannst du auch einen Witz erzählen? Ja. Ja, mach mal. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und Zappi? Hau rein. Du erzählst ihn ja. Mach mal. Zappi gibt's mit Hirn. Naja. War der zweitbeste Witz. Kommen wir uns da auf einigen? Ja. Der erste Witz ist diese Sendung. Mhm. Finde doch... Bist du eigentlich traurig, dass ich nächsten Donnerstag hier nicht mehr komme? Ja. Schaltest du denn trotzdem ein? Guckst dir die Fische an? Mhm. Möchtest du mich nochmal sehen? Ja. Wie heißt du? Uli. Uli, für dich ganz alleine mache ich diese Sendung nochmal. Gut. Freut dich das? Ja. Dann sag bitte jetzt einmal Blitz. Blitz. Und grüß deine Eltern. Mach ich. Also jetzt sag mal, ich kann nicht mit Kindern umgehen. Also souverän da rumgekommen. Hättest du doch fragen können, ob sie auf dich als Tagesvater... Hallo Peter. Hallo. Hier ist Friedhelm. Friedhelm, wie spät? Du kennst mich. Es ist jetzt kurz vor 10. Friedhelm, hat sich der ARD-Mensch bei dir gemeldet? Hat sich nicht gemeldet. Aber ich hab ihn... Das macht er noch. Und zwar... Die wollen erst Mitte Oktober drehen. Ja, okay. Alles klar. Und dann kriegst du auch deine Geschenke. Weiß ich. Ich hab ja Vertrauen zu dir. Und zwar, mir ist Folgendes passiert. Ja. Ich bin noch so oft auf dem Osdorfer Friedhof. Da gibt's die schönsten toten Briefkäste. Mama. Briefkästen, ja. Das ist absolut abenteuerlich. Bist du Stasi-Spion? Nein. Noch nie gewesen. Ich hab mich in meinem ganzen Leben noch nicht für tote Briefkästen interessiert. Aber die sind doch tot. Ich bin nicht mehr. Nein. Aber ich weiß noch, wo die sind. Und zwar, da hab ich etwas gefunden. Da stand drauf, eine Nachricht an Peter Ehrlich. Acht Sätze. Kannst du die vorlesen? Kann ich vorlesen. Woran? Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich hör dich so schlecht. Ja, ja. Mach bloß schnell, weil die Sendung gleich... Ja, und zwar. Die Sendung, und zwar. Die Geschichte heißt Porno. Für Peter Ehrlich. Der Indianer schob sich die letzte Feder ins Ohr. Ich riss mir meinen australischen Gummischlüpfer runter. Die Wahrsagerin sprach wahr. An ihrem Hintern fummelte der deutsche Bundeskanzler. Seine Frau, die dicke Bertha, trocknete ihr Hirn im Garten der Lüste. Ein Gummischlüpfer wurde von einer Zecke gebumst. Ich dachte später noch oft an dieses peinliche Versehen. Friedhelm? Friedhelm, egal. Wenn alle Anrufer so wären wie du, dann würde mir selbst diese Sendung wieder Spaß machen. Ehrlich. Hallo? Tschüss! Das ist ja multikulturelle Musik gewesen. Das ist ja gar nicht so gut. Geh mal gucken, den haben wir hier noch ab. Das ist quasi ein paar Hausbendungen. Hallo? Hallo? Wisst ihr was? Ich hab mir jetzt ganz spontan entschlossen, dass das die erste Peter-Ehrlich-Show in diesem offenen Kanal ist, die nächste Woche fortgesetzt wird. Und weil ich weitermache, mach ich heute einfach mal eine Minute früher schloss. Ihr könnt mir nach wie vor alle mal da lecken, wo ich nicht rieche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.